das ist ich kann mal was zusammensetzen Wien ich kann nur hier eigentlich nur weiter oder was meint ihr Seter 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 weil die Zeit verschwindet aber egal oh Jutta verpiss dich doch mal danke und noch mal BÄM 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 Kraftfeld aus noch mal schön jetzt viel gebracht das sieht doch mal ganz nett aus hier ach du Kacke ey so überhaupt irgendwas zu haben das sieht schön aus hier oh ja ich weiß auch noch ein Kraftfeld macht es mir doch schwer so da hier noch mal weil es uns ja so extremst viel Spaß macht oh Freude wie soll man da hochkommen auch nicht ist Deko keine Ahnung wie ich da hochkommen soll ist wahrscheinlich eh nur Deko so sind's mal was hier irgendwie ne dann eben nicht ähm auch hier leck mich BÄM ja neig und da haben wir gesehen dass Anakin Skywalker uns verraten hat das ist ja ja 28 die Gäste und nicht Kapitel 6 Starf Wader ja Anakin Skywalker der ein die 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 month das die 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 so und das ist jetzt so ziemlich die schweren schwierigsten mission ich hasse sie auch mal sehen wie lange ich brauchen werde um diese kacken mission zu schaffen weil wir auch immer wieder von vorne anfangen dürfen was ich sehr geil finde sarkasmus sarkasmus herr ist klar leckst mich doch wo auch hilfe um baust du jetzt mal zusammen ich sag's dir so muss man die dinge zusammenbauen zack hallo so hallo noch was hier mal noch was noch was da 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 nee gut jetzt erst mal das Zeug da hinten einsammeln was sind Punkte Prozent was für Punkte wo auch ich hab schon wieder voll die die macht da also das ging dafür ihr wisst was ich meine ach so so weiter geht's jetzt hier links ja da muss man irgendwie so jetzt hier genau oh ja das ist wohl so toll nee ist nicht wahr wo so 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 ja ich weiß das ist jetzt so ziemlich beschissenste teil von allen ich nicht auf Anhieb schaffe weil er doch klar wird so zu schön gewesen ist das alles jetzt klar auf Anhieb geschafft hätte hoch da Obi-Wan Kenobi und so ich habe auch sehr viel mehr Herzen das ist sehr geil das ist cool allerdings geiler ist wir können auch mit Anakin Skywalker kämpfen das tue ich jetzt auch mit Anakin Skywalker kämpfen oh hallo war verdammt scheiße kacke ey der traut mich viel mehr als ich ihn das ist jetzt irgendwie assi ist das scheiße ey na nehmen wir doch wieder Obi-Wan Kenobi die Pio bm bm zack 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 wo auch nicht da sind so m m m umg episode 3 gemeistert Fölle 100 Prozent so ein stück kommen gott schüttel nicht schlecht Jawohl! Jawohl ! Darth Vader's Geburt Ok Leute ähhmm Das war's mit LEGO Star Wars Ich werde wohl die zwei Parts in 15 Minuten Parts machen, damit wir unsere halbe Stunde haben. Ist dann nur eine halbe Stunde? Ich meine, besser gesagt, unser Wochenende voll haben. Okay Leute, das war Lego Star Wars Nummer 1, Teil 1. Ich werde mich dann bald auch dran machen an Lego Star Wars 2, das wird jetzt direkt folgen. Und ja Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei Lego Star Wars 1 und ich hoffe, ihr freut euch schon auf Lego Star Wars 2. Also Leute, bis dahin. Ciao.